Willkommen bei Ihrer Gesundheit. Wir teilen Tipps zum Abnehmen und zur natürlichen Heilung. Ein Frühstück mit Haferflocken hilft Ihnen, einen schlanken Körper zu bekommen. Hier sind einige Abnehm-Tipps. Ein übergewichtiger Körper und eine große Taille lässt nicht nur vielen Frauen, aber auch Männer schlecht aussehen und stehen unter vielen potenziellen gefährlichen Krankheiten. Sitzende Gewohnheiten, unzureichende Ernährung und altersbedingte Alterung sind die Hauptursachen für übermäßige Fettansandlungen im Körper, vor allem im Bauch, Oberschenkel, Achselhöhlen, Rücken und Kinn. Wenn Sie ein großes Problem mit Ihrem Gewicht haben, sind Sie sicher auf der Suche nach einer effektiven Möglichkeit, um Baufett mit einem einfachen Rezept zu Hause zu verlieren. Sehen Sie sich alle Videos unten an und wir werden Ihnen eine Formel für das Abnehmen vorstellen, das gezielt auf Bauchfett konzentriert ist. Die erste Zutat, die wir zubereiten sollten, sind 3 Esslöffel Haferflocken. Die Zusammensetzung von Haferflocken ist stark, deswegen ist sie fett- und kalorienarm. Daher ist die Verwendung von Haferflocken sehr sicher. Sie müssen sich keine Sorgen über Gewichtsunahme machen, darüber hinaus sind Hafer auch reich an Ballaststoffen, sodass wenn Sie es essen, sie schneller satter als andere Lebensmittel fühlen. Daher kann Haferflocken den Körper mit der notwendigen Energie für einen Tag versorgen. Haferflocken sind auch beliebt, weil es reich an Protein, Fettabbaumittel und essentiellen Vitaminen für den Körper ist. Aus diesen Gründen verstehen Sie wahrscheinlich, warum wir Haferflocken verwenden sollten, um wieder in Form zu kommen. Die nächste Zutat ist eine halbe Tomate. Nach vielen Studien enthalten Tomaten Wasser, Botoxid und eine Vielzahl von organischen Säuren. Es hilft nicht nur überschüssiges Fett zu entfernen, diese Vitamine helfen auch effektiv die Haut zu verschönern. Insbesondere die relativ geringe Kalorienzufuhr von Tomaten, 32 Kalorien, kombiniert mit der Menge an Zucker und Zitronensäure in dieser Frucht, wird den Stoffwechsel stimulieren und überschüssiges Fett verbrennen. Darüber hinaus hilft Glycopen in Tomaten auch, viel Fett im Körper zu absorbieren. Hafer, Tomaten und 200 ml gefiltertes Wasser in einen Mixer geben und pürieren. Gießen Sie die Mischung in eine Tasse. Zum Schluss ein Teelöffel Zimtpulver hinzufügen und gut für eine homogene Mischung rühren. Laut Forschung enthält Zimt hohe Mengen an Polyphenolen, die den Gewichtsverlust fördern, erhöhen den Stoffwechsel und brechen Peptidbedingungen im Körper. Dieses Material hat die Fähigkeit Bauchfett zu reduzieren, Cholesterin im Blut zu senken, Herzkreislauferkrankungen und Blutfett zu verhindern, denn die Hydroxinamil-Dehyd-Verbindung hat die Fähigkeit Entzündungen zu verhindern und dass sich Fett im Blut ansammelt. Mit nur drei Zutaten und einfachen Methoden haben wir die Mischung fertig abgeschlossen, die sicher und schnell überschüssiges Fett entfernt. Sie müssen dieses Getränk am Morgen trinken. Wenn Sie diese Methode hartnäckig anwenden, werden Sie völlig überrascht sein, wie effektiv sie ist. Hoffentlich werden Sie durch dieses Video eine einfache Möglichkeit finden, um Bauchfett zu reduzieren. Darüber hinaus sollten Sie auch eine gesunde Ernährung integrieren und nicht aufhören, jeden Tag Sport zu treiben. Wenn Sie bereits wissen, wie man dieses Getränk für die Gewichtsabnahme verwendet, empfehlen wir, dass Sie einen Kommentar mit dem roten Herzsymbol im Kommentar des Videos hinterlassen. Vielen Dank für Ihre Zeit, sich das Video anzusehen. Wenn Sie Fragen zu dieser Methode haben, so können Sie nicht, Feedback zu hinterlassen und wir werden schnell antworten. Hier sind einige unserer Videos, die Sie interessieren könnten. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und bald werden Sie eine dunne und ausgewogene Taille haben, wie Sie es wünschen. Bis bald!